ihr einen wunder wunder wunderschön prächtigen herzlich willkommen bei highway city so ich habe schon alarm bekommen die brauchen jetzt büros ich guck mal wo ich die hin baue irgendwas mache ich dann hier direkt wenn ich hier alles hier drumherum machen hier passt perfekt so dann brauche ich ja wieder hütten da sind ziegelein das habe ich halt nicht allzu viel manchmal hier so hin noch mal eine reihe weil wir jetzt meinen großen hafen bauen wollte schon der vorigen folge machen jetzt 160.000 40 da ja 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 passt bin ich mal gespannt okay das ist auch schon mal ein größerer huschi oha genau baudepot macht er jetzt hier irgendwas komisch ach so oha ist 71 ok jetzt kann es noch viel besser verkaufen 83 ok wieso 82 jetzt auf einmal ok 85 wonach richtet sich das denn bitte ach so nach dem mit ach du scheiße wie viele mitarbeiter habe ich hier 50 oh gott ok alles klar deswegen je mehr mitarbeiter umso mehr alles klar 500 mitarbeiter kriegt ein kind oder reicht das normale hier das das will ich da nicht machen das ist so wieder zu laut für die leute machen wir hier hin so noch mal ein bisschen so jetzt sollte es aber fertig sein oder 105 oha ich habe ziegel verkauft genau deswegen ziel das lassen wir aber auf 300 jetzt machen wir über 350 so ok nice gut zu wissen je mehr mitarbeiter umso besser alles klar wie schaut es hier aus ich glaube da müsste ich meine straße ein bisschen vergrößern weil ich werde ein bisschen mehr quad zu bauen ich habe hier so viele baustellen das ist echt nicht mehr normal so glas auto wollte ich auch noch machen ich das ist echt mal ein bisschen langsamer gläser rei quarts bruch da 1 bei bei platziert er nicht 20 habe ich acht habe ich zwölf habe ich auch 16 ok wahrscheinlich reicht das hier nicht aus keine ahnung genau der nimmt ihr aber nicht jetzt hier mit naja muss ich das mal ein bisschen vergrößern so gemüsefarm kann nur ruhig nehmen das kann weg das kann weg hier oben kann alles weg platzbuch so ja die brauchen wasser ich weiß 147 mitarbeiter die haben jetzt die heulen rum wegen keinen kopf oder was da dann hole ich nochmal die pops her so mitarbeiter wird gesucht ok da muss ich mal kurz mal schnell mal welche bauen also häuser dann war gleich hier die ganze linie hier ist doch egal so soll das schon geregelt sein so ok jetzt wollte ich ja gemüse machen genau gut dass es ankommt ich brauche meine ressourcen liste wieder so also dann fangen wir mal an da mache ich mal schon mal etwas größeres das will ich hier oben alles machen so ein bisschen weniger machen was so da ist es ein bisschen leichtes ok wenn ich auf die linie achte ok so rum perfekt noch mal eine sehr große farm guck mal vielleicht reicht das ja auch erstmal so aus so und man war direkt eine hunderte aufész ich hin verbessern die hunderter aus hier hin, so so, zack zack so wie groß mache ich das denn so groß ungefähr kann das jetzt etwa eine Farm werden, also das muss ich immer erstmal austesten gleich jetzt so groß ok zack zack ja, da bin ich ja schon dabei man, still mal äh, da müssen die erstmal wieder da unten hinkommen ne, da mache ich die 60er Spur so ok, die brauchen ja sowieso wieder Wasser alles ähm, dann ich mach mal ganz langsam sonst komme ich komplett durcheinander die brauchen erstmal Wasser zack zack ok es geht hier lang so, dann brauche ich strom jetzt hab ich das drumherum erstmal bauen ähm, da mache ich das mittelgroße hier hier einmal hin und hier ja, ich mach's aber von außen ähm, kann ich das nicht verschieben ne verdammt so, mittelgroß das baue ich dann hierhin da muss ich gucken wie es am Ende baue ist man muss das erstmal angeschlossen werden überhaupt mit strom ja sowieso kriegt der hier keins hä, der ist doch genauso mit strom angeschlossen wie der andere verstehe ich jetzt nicht hä wieso kriegt der keinen strom obwohl hier angeschlossen ist so komm mal ein bisschen schneller warte mal wenn ich das jetzt aber dennoch mal kurz mal kaputt mache reicht das aus dass der strom hat ok, dann war es noch zu langsam aber warum auch immer der andere schneller gebaut hat als der andere eine wunderschöne stufe 2 erreicht hä, wie das denn ok, ich hab nicht drauf geachtet ja, das brauche ich nicht so also dann fangen wir mal an ähm ich brauche als allererstes da so die Spedition die knall ich mal die könnte ich genau hier einmal hier einmal und hier einmal haben die schon einen Filter nein zum Glück ah, das ist ja geil okay, die haben hier so ein Filter dann mache ich eins dadurch, dass ich ja demnächst genau so rum da kommt dann hier hin perfekt so haben wir das schon mal haben die Speditionen hier erstmal so zu tun ich hoffe jetzt reicht es mit dem Gemüse von der Größe her perfekt kann ich vielleicht hier auch noch mal Gemüse hier in dem Ding machen ok, perfekt Fläche zu groß alles klar ok, die Größe passt ok dann machen wir das so dann haben wir alles so richtig schön identisch ich sag mal, das kann man ein bisschen größer machen das will ich aber zumindest gerade irgendwie haben perfekt dann machen wir hier raus Obst so, dann die nächste Straße da hier knall ich Weizen hin also es fehlen mir die Bretter verkaufe ich in etwa Bretter ach so machen wir auch 400 ich soll zumindest 400 Bretter haben nochmal kurz mal öffnen ja da könnten wir mal auf 100 lassen hier machen wir auch mal auf 150 das wir die so bis dahin lassen ja passt ok bisschen erhöhen das Ganze ach so mir fehlen Werkzeuge ok ok passt es fehlen hier Mitarbeiter was keine Müllabfuhr und Reichweite naja das kriegen wir hin Müllabfuhr äh städtische Müllabfuhr da warte mal wie ist denn die Reichweite passt städtische Müllabfuhr und dann so ein Recycling zack jetzt brauche ich wieder Mitarbeiter ja Mitarbeiter werden gerade schon sag mal in Anführungszeichen gebaut so alles Gutes dadurch dass ich jetzt mehr baue verbrauche ich auch meine Ressourcen endlich das ist mir halt wichtig Wolle ich ja noch hier Elektrofahrzeug ach du heilige oh Gott Kupfer kann ich noch nicht machen Gott sei Dank Stahl Stahl schmelze oh scheiße ich kann doch schon Stahl bauen oh verdammt Mache ich noch nicht kann ich Elektron Schwarzbruch okay Gott sei Dank da habe ich noch ein bisschen Zeit so was ist hier so ja da bin ich auch schon dabei man chill doch mal so Polizei brauchen die wieder hier einmal und da einmal dann brauchen wir die Feuerwehr das machen wir genau hier nebenan wie immer so auch mehr Häuser auch mehr Häuser er passt ich denke mal ich denke mal ich denke mal Itu noch drei dinge dann ist auch da fehlt noch was oder kann ich da noch was bauen ja obak perfekt vor ein ding noch mehr gehabt egal ich warte einfach 120 arbeiter was verbrauche ich denn hier dass da ok jetzt schon da wieder was runter 103 mitarbeiter ja meine fresse ach so dafür wieder wasser was hier oben war das da auch mal drei mitarbeiter oha das ist ja auch so ok so was ist hier ja da kriegt einfach die blätter nicht weil ich komme mir kaum hinterher mit dem blättern habe ich überhaupt blätter ab hier meine ich kommen einfach nicht daher auch für auch farbe ach so dafür brauche aber noch 120 bretter lasse ich mal auf 600 ziegelei lasse ich auch mal auf 500 weil da brauche ich jetzt sehr viele so ok ihr schaut jetzt aus immer noch petition es fehlen 55 mitarbeiter da oben geht es langsam runter ok es geht wieder hoch arbeitslose ok dann mache ich eins vielleicht bringt das was an sich war es ja eigentlich egal obwohl es geht langsam runter ok die zahlen die spinnen aber richtig hart ja da bin ich auch dabei man so so 17 mitarbeiter ok so langsam fühlt sich das weil du bist eigentlich nur nach oben also bin am überlegen warte mal was für eine strecke habe ich denn hier gemacht das ist das hier na ne war es die 70er ja die 70er ist es du bist da so ein punkt da will ich gar nicht hin so dann könnte ich hier hoch fahren da lang ja so die haben schon genug ich muss bisschen warten warte mal wo war das denn mit dem bus hier ne genau so eine kleine reichweite das nur ähm so kommt hier ja ja das muss ich gucken straße und wollte das hier auch so gewesen sein ungefähr ja ich will das gerade dann sag nochmal die bus haltestelle so zack äh textilfabrik zwei stück gas kriechen kleiner bus kapazität wir machen auf die 8 immer 170er so zurück rote 1 2 warte mal also fängt hier oben an 1 2 fertig hier lang hier lang 1 2 dann soll er 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 so also hier habe ich schon jetzt oder hätte solle man nicht nehmen in hier in fuck So Okay Machen wir so 10 Fahrzeuge Man sollte jetzt schon mal ein bisschen besser laufen Ich hoffe Und ich sehe auch dann die Busse Irgendwie So Textilfabrik Das brauche ich ja sowieso So Back herein Ich guck mal ob ich was upgraden kann Ah Mitarbeiter habe ich soweit alle Oh nice Hier fehlen noch ein paar Okay Ich will was anderes nachgucken Kann ich irgendwas upgraden Irgendwas markiert Irgendeine Bäckerei war das doch hier Es mangelt an Gemüse Ja 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 Bäckerei Es gibt einen Mangel an Obst Bäckerei Geht immer noch ein Mitarbeiter oder was Ich glaube ich sollte noch mehr auf Obst irgendwie gefühlt machen Dann gehen wir mal auf Ressourcen wieder Machen wir mal hier Gemüse Gemüse Obst Obst Machen wir nochmal ein Hopfen einmal Und dann noch einmal Und dann noch einmal Was ist denn Brustplantage Okay Oh ich dachte schon Und dann noch einmal hier in Mais Also da fehlt mir wieder Werkzeuge Naja War mir klar Sehr schön Boah 9 Milliarden habe ich schon Meine Fresse Mir passiert Ähm Um die 70er 70er hört sich auch immer so komisch an Was ist so nah Das ist so nah Hä Hä Wo fehlt denn hier eine Straße Hä So Was Ein kleines Vermögen Okay Wiegen 10 Millionen wahrscheinlich War So Muss ich aber gucken Ähm Ähm Schaut es denn hier mit denen aus So wird alles verbunden Ja passt Okay Was anderes nachgucken Da Freizeit Okay Passt soweit alles Okay Sehr schön Ja das wird noch ein bisschen dauern Aber Aber Relativ arbeitslose Arbeitslose Okay Das sind maximal 1000 Ach so okay vom Radius her Ja gut hier Ja gut hier sind ja genug Mitarbeiterplätze die da gesucht werden Das mal abgesehen 74 Mitarbeiter Ich eigentlich irgendwo ein scheiß Bus Ja interessiert mich grad nicht 115 habe ich schon Oh nice Ich will hier irgendwann mal was erforschen Äh genau Hier wollte ich ja wieder hin Äh Zum Meister Zack Dann ist das hier um ein Oostplantage Hier Ferien auch wahrscheinlich Neun Okay Warte wir noch ein bisschen mehr Okay der wird hier abgeholt Genau Sehr schön Nice Soll es das mit dem Essen Mal ein bisschen anders sein Apropos Essen Ähm Dienstleistung Ne hier unten Geschäft Okay Habe ich nichts gesagt Ach du feiße Eisen habe ich denn bitte Oha Da könnte ich ja das rein theoretisch mit dem Stahl demnächst machen Ich muss noch kurz nachgucken Wo habe ich Äh Mein Stahl Lonski Da Äh Äh Kalkstein Oh ich kann Kann ich jetzt etwas schon bauen Okay Kalksteinbruch Ach lol Ich kann das schon bauen Wusste ich ja gar nicht Ach lol Okay Also Kalkstein Warte was Stahl Keine starne Stahl schmelze Okay Zurück Kalkstein Kalksteinbruch Zement Achso deswegen brauche ich das Scheiß Auf die Wand an Du brauchst Quarz und Beton Oh Mann Ja gut da brauche ich Beton und Stahl Ja top Gut Ja Ja Das mache ich nachher Ich lasse sie erstmal hier oben erstmal alle arbeiten und Job finden Aber es wird langsam Ihr 191 Mitarbeiter Kriegen kennt Ey Ja gut Alles klar Dann weiß ich Bescheid Ähm Das sollte jetzt einigermaßen jetzt besser laufen Ich hoffe dass es dann mit dem Obst und so weiter alles bald funktioniert Ähm Da ich die ganze Meldung nicht habe Okay Dann würde ich sagen Bedanke mich fürs dabei sein Lasst gerne mal ein Like oder ein Abo da Dann würde ich sagen Tschö mit Ö Euer Keule Ciao Ciao